Da bist du ja. Ich glaube wir müssten die 50% mal ein bisschen benutzen. Wieso? Wir sind echt zu hoch. Wir kriegen so wenig XP hier. Na ja, deswegen ja, weil wir zu hoch sind. Da bringt es auch die Tausender nichts. Irgendwann wird das schon ausgeglichen sein. Weißt du, wie du dich gerade angehört hast? Das ist nein. Ja, jetzt weißt du, wie es bei mir manchmal ist. Okay. Nur die gelbe, ne? Jetzt erstmal alles abgeben. Erstmal alles abgeben, genau. Das heißt, wir laufen auch mal hier unten hin. Damit du diese Platz frech scheißest. Genau. Und ich will auch ein bisschen scannen gleich und verkaufen. Achtung. Ah, verdammt. Lass mich. Ich bin allergisch gegen Beaten. Boah, da sind ja überall welche. Schade, du hast es nicht gesehen. Was habe ich nicht gesehen? Schade, dass du es noch gesehen hast. Ach so. Du bist ja gemein. Oh, erstmal scannen. Erstmal return. Ne, ich mache mal scannen. Auch die kaputten Eier scannen, ne? Nein, die grünen. Ja, die grünen scanne ich auch. Aber die anderen mache ich alle kaputt. Ja, ich scanne erstmal und dann mache ich das andere. Ne, ich mache erstmal Platz schaffen. Jetzt können wir scannen. Warum sind wir hierher gelaufen zum Scannen? Wir haben diese Teile dabei. Das war sehr schlau. Ich hatte noch nie am Anfang so viele Darts, ne? Ja. Oh, ich habe nur eine Devil-Karte dazu bekommen. Okay. Hier können wir verkaufen. Die verkaufe ich jetzt ganz ehrlich. Was soll ich damit? So. Was kannst du da verkaufen? Ich habe diese komischen Linsen verkauft. Ja, wir müssen Flymon killen, ne? Ich bin schon dabei. Ach, schön. Da wartet er mal wieder nicht auf mich. Oh mich? Auf mich. Ja. Genau. Du hast mich schon verstanden. Nein, das war meins. Du brauchst mir das gar nicht klauen. Scheiße. Gut. Das hier geht wenigstens ein bisschen schneller. Ich bin fertig. Das war so klar. Ich aber noch nicht. Wie viele Bossen noch? Äh, zwei. Kill den nicht. Ach, Mist. Da hat er mir die Gegner geklaut. Geklaut. Ich schaffe noch ein... Alter, du bist fast... Du bist fast tot. Pass auf, ne? Oh, jetzt komm. Ich finde nicht, dass du wieder stirbst. Schaffst du das? Du kannst doch digitieren, ne? Okay. 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 Natürlich, wenn man nur noch einen braucht, dann findet man den nicht, ne? Das ist eigentlich voll dumm von mir, dass ich die auch mit angreife. Weißt du, warum? Warum? Dann hast du weniger Freimann. Egal, hier sind ja noch genug. Ich gehe erstmal zu Gartumann. Vielleicht kriege ich ja... Ich will auf jeden Fall einen Patamon und Gartumann. Gartumann will ich auch. Na, Mist. Komm schon, es fehlt doch nur noch einer. Bist du noch da? Ja. Gut. Okay, bin fertig. Ich kann abgeben. Okay. Ja, da unten. Sind ja echt schon wieder so weit gelaufen. Ein bisschen, ja. Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Oh, Birdramon müssen wir jetzt killen. Lass mal kurz... Das ist unten rechts eine Mission. Ice Devimon. Hä? Da habe ich nicht. Das geht erst, wenn ich Level 24 bin. Komm mal kurz mit mir. So bist du noch gar nicht. Nee. Was machst du da für komische Geräusche? Ich verschiebe mein Mikrofon. Da musst du aufpassen. Und pass auf, dass du nicht wieder zu leise wirst. Nee, nee. Weil du bist gerade ein bisschen leise. Diesen Ort mussten wir nämlich noch entdecken. Okay. Und jetzt muss ich noch nach Central Passage. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Einfach geradeaus. Du bist jetzt schon fast da. Ja, ich sehe schon. Da lang ungefähr. Jetzt müsstest du es haben. Ja, jetzt habe ich es. Wo ist die Mission abzugeben? Oder unten? Nee, das mache ich später. Lass jetzt mal zu Birdramon. Gehst du jetzt da unten hin? Nein. Dann noch wieder. Wir müssen ja nur Sachen sammeln. Wieder mal. Oh, ich glaube, das wird dauern. Klopp. Da werden wir nicht zu viel Glück haben. Oh, ich sehe hier keine Birdramon. Ich sehe auch sehr wenige. Die meisten sind vorne beim Portal. Ja, hier. Aber da kämpfen überall schon welche. Das nervt. Wo bist du? Ich bin bei den Birdramon. Ich auch, aber ich bin woanders als du. So, mir fehlen noch fünf Stück. Von dieser Birdramon? Von Birdramon, ja. Oha, du hast eine besondere Karte gefunden. Echt? Keine Ahnung. Nee, ich habe sie. Hä? Hab ich die denn aufgenommen? Was nervt du mein PC jetzt? Was ist los? Das ist fackt ja reden geworden. Hast gleich wieder Disconnect vom Server. Weißt du, wie viele Leute hier sind? Mach doch das aus, dass man die sehen kann. Ne, will ich nicht. Okay. Das sehe ich ja nicht mehr. Hast recht, das wäre wirklich schrecklich. Man muss mich einfach sehen. Ja, zum Glück bin ich von deinem Aussehen schon blind geworden. Da muss ich das nicht ertrachten. Das tut richtig weh, weißt du das? So richtig? Das tut mir leid. So richtig. Wirklich. Und... Ich habe gerade noch zwei Stück gesammelt. Was das für mich scheint. Boah, ich muss mich einfach hinsetzen hier. Ich auch. Gamer Position. Ja, komm, eins schaffst du noch. Los. Ich weiß, wir könnten hier unten die Schokolade benutzen. Könnten wir nicht auch machen. Ich bin immer bei... Bei Sachen bin ich immer so sparsam. Bist du das auch? Ja, deswegen kommst du ja auch so weit, ne? Oh, ich komme nicht weit. Ich habe kein Essen. Ich habe kein Trinken. Ich habe ganz... Ich habe ganz viel Essen und so. Aber ich benutze das nie, weil ich immer so sparsam sein will. Aber komm. Ausnahmsweise benutze ich es mal. Ja, lohnt sich das ja auch erst mal nicht. Ich meine, ich habe noch 200 Schokolade. Das wird ja wohl ein bisschen reichen, ne? 200 Schokolade. Wie viele Dings hast du? Wovon? Wie viele Chicken-Kombo? Chicken-Kombo. Wo ist mein Chicken-Kombo? Hä? Ich bin blind, Alter. Du hast es schon ausgegeben. Ach nee, ich habe es eingelagert. Genau. Nein, ich habe es eingelagert. Weil ich ja noch Schokolade jede Menge habe. Ich brauche noch vier Birdra-Dinger. Ich brauche nur noch einen. Birdra-Mon mag mich nicht. Ist doch richtig so. Raves Birdra-Mon. Könnte sein. Toll, ich habe alle Birdra-Mon hier niedergefegt. Hier ist kein einziges mehr. Also jetzt, nachdem ich das hier gekillt habe. Dieses Spiel ist nichts für Veganer. Also bei dir sind die ganzen Birdra-Mon. Ja, also hier waren ganz viele. Die sind jetzt irgendwie alle tot. Komme ich mal zu dir. Oh ja, ich bin Level-Up. Oh, ich habe ein Bio-Mon-Eck. Willst du Bio-Mon haben? Nee, danke. Magst du Bio-Mon nicht? Nee. Ich finde nur die letzte Digitation hässlich. Phönix-Mon. Das hat irgendwie in diesem Spiel fasziniert es. Was? Digimon. Was? Phönix-Mon? Ja, ehrlich. Ja, gibt es schon viele, die das haben. So, jetzt habe ich die Mission mit Ice-Debimon. Ich finde keine Birdra-Mon mehr und mir fehlt nur noch ein Teil, ey. Ich glaube, ich würde jetzt erst mal noch gar keine Digimon, weil ich erst mal mein ganz hoch habe. Ja, ich bin fertig, ne? Der logische oder ne? Ja, natürlich. Wie viele brauchst du noch? Ich brauche noch einen. Hast du keine Schokolade bekommen? Komm, ich benutze sie nicht. Ich habe noch 200, da benutze ich. Hast du jetzt alles? Sag doch da unten. Ja, eben gerade, das war das letzte. Ja, aber du kannst dir trotzdem sagen, hey, ich habe alles, lass uns gehen. Mit ganz großer Freude. Ja, ich habe alles, lass uns gehen. Er freut sich, richtig? Ja, total. Wir sind ja gleich Level 25 mit dem Digimon, ne? Bisschen zu früh, aber gut. Ja, okay. Boah, ich hasse das. Du denkst gerade kaum, okay, Mission 5 fertig, du kannst jetzt in die nächste Dingser. Nein! Also, ich habe überhaupt keinen Platz mehr, ne? Ja, ich bin jetzt Level 12. Mach doch mal Kiste auf, vielleicht kriegst du Dings da. Ja, ich muss erst mal Platz schaffen. Vorher kann ich überhaupt nichts machen. Ich muss erst mal Platz schaffen, um Platz zu bekommen. Ich habe... Was? Neun, äh, 19 M. Ich habe 26. Jetzt habe ich 21. Nein! Oh, ich habe fast mein Biomann-Ei gescannt. Ich habe mein Wurden-Mann-Ei gescannt. Oha, warum? Ich verkaufe die später alle. Ich mache Handel, Junge, Handel. Ne, danke. Oh, Mann. Was? Warehouse. Warehouse, äh, ich schiebe das mal alles ein bisschen nach unten. Hallo. So. Wow. Ein Lagerplatz habe ich bekommen. Ja, habe ich doch gesagt. Toll. Was haben wir jetzt für eine Kack-Mission? Spreche mit Commander Richard. Wir müssen ins Start-Center zurück. Ich habe kein Wurden. Lass uns Leomon killen. Ja, war der ganze... Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Ich bin schon vorgesprungen. Ja, sonst ist es ja langweilig für die Zuschauer. Ja, genau. Ja, ich kille aber noch keine Leomon. Mein Level. Ich warte hier. Stell dir mal vor, welches Level hat denn dein anderer Charakter? Was? Nochmal. Welches Level hat denn dein anderer Charakter? Mein Charakter oder mein Digimon? Dein Charakter. Ich habe keine Ahnung. 65 oder so? Stell dir mal vor, dass du jetzt die Kisten... Jetzt alle... Wir müssen die normalen Leomon angreifen. Nicht die Lieder, ne? Ich sag's ja nur. Die normalen sind hier. Ohne diese Variation. Ja, das sind die Mutanten. Die müssen wir auch noch angreifen, weil wir davon 5 Sachen sammeln müssen. Aber auch die normalen Leomon müssen wir killen. Ja, Mutant-Sampler. Ach, und da vorne müssen wir eine Mission abgeben. Das können wir auch ganz kurz machen. Halt, ich habe das Ei vergessen. So, lass mal kurz die Mission abgeben. Achso, stimmt. Ich gebe dir mal gleich die Devil-Car ab und wo... Ah, ja. Ja, kannst du machen. Wenn wir jetzt diesmal handeln können. So. So, Leute. Ähm, ja. Mir ist gerade das Spiel abgeschmiert. Deswegen spielen wir jetzt hier weiter. Und wir haben eine kleine Pause gemacht. So, jetzt sind wir wieder zurück. Arian ist auch hier. Ja, moin, 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 moin. Hast du die Mission hier schon abgegeben? Ja. So. So. Alter. Warum machen deine Kopfhörer keine Sounds? Guck mal, bei mir bleibt immer stehen. Was? Oh, meine Kopfhörer. Nee, meine machen keine Sounds. Hä, warum? Egal. Egal, egal. Ein Leomon noch. Ich mache schon mal die Lieder, ne? Ach, die Lieder brauchen wir gar nicht. Ich mache den Leomon. Okay. Ja, dann kommen wir zu den Kiwimon. Sicher, dass du mit Leomon fertig bist? Ja, Leomon. Nee, Mutanten ist egal. Wir können alle Mutanten killen. Und diese Heiligen-Medicine? Ähm. Kriegen wir die von Leomon? Warte. Wir können die immer noch besser. Hm. Da oben. Die kriegt man von Lidern. Ähm. Also egal welche. Ja, dann gehen wir erstmal zu. Kiwimon. Dann müssen wir sowieso die Lieder killen. Hier ist doch schon mal eins. Ja, da drüben auch. Ich habe jetzt übrigens auch wieder 500%, ne? Yeah. Gut, Medizin habe ich bekommen. Ich auch. Warte, ganz kurz. Warte, ganz kurz. Okay, dann nicht. Was ist los? Ich wollte die Devil-Karten geben. Achso, ja, das können wir auch später machen. Wenn wir in der Stadt sind oder so. Weil die meisten habe ich sowieso eingelagert. Okay. Wenn sie das möchten. Nein, das ist echt gut. Ja, wir müssen jetzt zu den Red-Wigimon. Ja, hab ich gerade wieder. Ja, ich kann nochmal das Kippen. Ja, ich gehe schon mal vor. Oh, Birdrum und Lieder brauchen wir auch. Was ist los? Ich habe schon wieder auf einen Kiwimon geklickt. Okay. Okay, was brauchen wir noch? Ich mache gerade die Birdrum und du kannst die Red-Wigimon schon mal machen. Okay. Das ist ein Mutant, den du gerade angreifst, ne? Ja, habe ich gerade gesehen. Du, 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 du. Du, 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 du. also die birdramon sind fertig ja hier ist kein leader da drüben ist einer da wo ich hin rauch ich bin fast tot soll jetzt die flymon wir können doch eigentlich das machen wir nicht hier wohin das ist ja in der nächsten ebene dafür müssen wir erstmal alles hier erledigen er meint ja wenn wir in der nächsten ebene sind dann können wir es gerne machen also wenn du eier kriegst du ausschlippst ne ja zum beispiel patamon das ist immer champion oder kann das auch mega sein nein es ist immer champion außer du bringst es auf fünf dann ist es auf mega aber ja wollte ich gerade sagen schafft das erst mal ich hab keinen platz mehr echt nicht ich auch nicht aber ich muss ja nur noch die hier killen ich muss ja wir müssen ja nur noch die leader hier killen aber ich hab keinen platz mehr toll ich muss ja gucken ob ich was wegschmeißen kann ich weiß nicht was war das das ding ist einfach ich scanne einfach wieder was weg ja mach ich auch gleich kannst du auch unterwegs machen du hast die teile vergisst das nicht ne ich weiß wir brauchen aber auch mutanten mutanten ja ich jetzt nicht mehr so viele aber ich brauche noch wieder nein um diese ein healing medizin zu bekommen ach komm schon ich bin damit fertig jetzt brauche ich nur noch leader 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 ja Alles klar. Fertig. Ich geh mal kurz ein bisschen scannen und so, ne? Mach das. Damit wir wieder mehr Platz haben. Also ich. Tütütütütün. So, jetzt noch scannen. Dann benutzen wir das hier einmal. Alter, mein Inventar ist so vollgestopft, ne? Aha. Boah, das ist schrecklich. So. Was brauchst du noch? Was brauchst du denn? Die Mutanten-Sample oder die Healing-Medizin? Mutant. Was? Hast du das Healing fertig? Du musst ein bisschen lauter reden auch, ne? Du wirst wieder so leise. Ich rede ja noch gar nicht so. Ich sag ja, das ist ja nicht so laut. Ja. Ach, wir kriegen gleich, wenn wir die ganze Mission abgeben, dann haben wir wieder genug Platz. Oh, oh ja, oh ja, oh ja, 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 ja. Was hast du eigentlich gekriegt? Was hab ich bekommen? Was du eigentlich was Gutes bekommen hast? Bei was jetzt? Mit dem Spiel. Das war eine Frage. Hä? Wo soll ich denn was Gutes bekommen haben? Weiß nicht, weil du gerade meintest, oh, ja, 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 ja. Ich hab zu dir geantwortet, wo du gesagt hast, wir kriegen gleich Platz. Hab ich gesagt, oh, ja, 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 ja. Ach so. Ja, 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 jetzt verstehst du's. Ja, ich hab's manchmal mit dem nachdenken. Hä, wo bist du auf der Karte? Äh. Guck, M. Versuch ich gerade, er ruckelt gerade. Ach, da hinten. Wie viel fehlen dir denn noch von Mutanten-Sample? Zwei. Ja, es geht schnell. Naja. Ach, das kriegst du schon hin. Wie viele, ach ja, wie viele Beast-Karten hab ich eigentlich? Äh, ich hab fünf Beast-Karten. Ähm, Devil-Karten hab ich. Die sind bestimmt dann da. Alter. Nee. Kaiser-Greymon. Ich hab drei Stücke, aber die sind Charakter gebunden. Ah, toll. Und hier, ne, ich hab noch vier so. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Bleib mal stehen. Ja, jetzt geht das. Jetzt können wir handeln. Aber wenn wir schon mal dabei sind. Ich geh schon mal. Und der, ich weiß. Yeah. Yeah. Ein Platz. Ja, wieder ein Platz frei. Ich muss jetzt auf dich warten. Leider, leider. Ich hab übrigens keine Ahnung, wie viele Folgen wir schon haben, ne? Du nicht? Nee. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ja, das ist es nicht, ne? Wie viel M hast du eigentlich? 22. Du bist ein bisschen mehr, ne? 27. Das geht echt schnell. Ja, komm. Ja gut, aber überleg mal, wie viel man für ein Terra braucht, ne? Aber überleg mal, wir sind in der zweiten Map. Naja, eigentlich in der dritten. Ja, eigentlich, aber die erste Map zählt ja nicht. Obwohl, ja, so ein bisschen schon. Das ist ja so, sag ich mal, zu tun, der Anfang. Ja, okay. Das ist sicher noch nicht so weit zu lernen. Mein Gott, es fehlt doch nur noch einer. Oh, Alter. Gut geschafft. Ähm. Okay, wir können abgeben, wo möchtest du? Ja, kommt dahin, wo ich bin. Wir haben so viele Missionen, ne? Ja, auch, da kommt gleich noch mehr dazu. Oha. What's up, Alter. Ich verstehe die Mission nicht mal. Ich muss mal nachgucken, was man da machen muss. Äh. Chuchi Darumon. Ich scatch mal so lange meine BBX. Mach das. Ich hab hier zu viel offen. Ich komm grad nicht zurecht. Hä? Ja, was ist denn ein Makro-Protektor? Ich hab keine Ahnung. Ah. Ah, ich verstehe. Du hast doch dieses Abzeichen hier in deinem Inventar, ne? Das Sharp Traces, ne? Mhm. Klick hier einmal auf das braune Phrygimon drauf und dann klick rechts, klick auf das Sharp Traces. Hast du? Auf das braune Bär? Auf das braune Bär? Ja, genau. Und dann... Ja, das ist schon mal eines abgeschlossen. Dann müssen wir noch den anderen braunen Bären hier finden. Ich weiß auch, wo der ist, aber da gehen wir später hin. Ich hab immer noch den Suspazuit. Achso. Ja, wir müssen da hinten zu Leomon noch hin.